Ich grüße euch, Freunde und Freundinnen natürlich. Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist einfach so. Man tut es nicht deswegen, die Kommentare zu deaktivieren, um irgendwelche Menschen zu verärgern, sondern man tut es hier, um diesen Spam zu meiden. Hätte jeder andere oder jede andere auch gemacht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich wieder von meiner Sommerpause wieder zurückmelden. Und es hat mir auf jeden Fall ziemlich gut getan, Pause zu machen, weil es gehört sich natürlich. Und ein Sommer ist dazu da, um sich zu erholen. Viele, ja, fahren von euch im Sommer, ja, auch auf Urlaub. Deswegen ist ja auch von Juni bis September auf jeden Fall Pause. Also von Mitte Juni bis Anfang, Mitte September natürlich. Und nein, ich bin nicht feig, weil ich die Kommentare deaktiviere. Ich deaktiviere sie deswegen, weil ich diese Spam meiden möchte. Und ich wünsche euch einen schönen Schulstart und auch schöne Tage, wie auch immer. Tschö!